Wir hätten uns natürlich gerne ein Nein erhofft. Es ist ein Ja-Aber geworden und auch das Aber ist uns sicherlich zu klein. Man sollte aber darauf hinweisen, dass die Frage, die jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht gestanden hat, nur war, ist der ESM, ist das, was bisher passiert hat, verfassungswidrig? Verstößt es gegen die deutsche Verfassung? Es ist keine Entscheidung, das hat das Gericht ausdrücklich nochmal gesagt, über die Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit des Rettungspakets. Das muss die Politik entscheiden. Also hier geht es jetzt nur um die Rechtsfrage und die Verfassungsfrage, nicht, ob etwas politisch gut oder schlecht ist. Und da bleiben wir als Freie Wähler natürlich bei unserer Meinung, dass diese Rettungsschirmpolitik, so wie sie ausgestaltet ist, schlecht ist. Da ändert das Verfassungsgerichtsurteil auch nichts daran. Für uns, das sage ich auch ganz deutlich, ist da nur die Hoffnung jetzt zerbrochen, dass das Bundesverfassungsgericht ein Stoppschild aufstellt. Es hat im Grunde genommen nur ein Obachtsschild aufgestellt und hat gesagt, mehr als 190 Milliarden darf die Haftung Deutschlands nicht sein. Das ist die Höhe, die begrenzt ist. Alles, was darüber hinausgeht, muss vom deutschen Gouverneur bestätigt werden und vom Deutschen Bundestag. Das heißt, das ist kein Stopp, das ist nur ein Obachtsschild. Das ist uns zu wenig. Wir fordern aber gerade auch jetzt die Politik auf, dort liegt der Ball wieder in ihrem Spielfeld, auch als Bundestag deutlich zu machen, dass sie dieses Urteil auch in dieser Form nicht nur akzeptiert, sondern dass sie ihm folgt und einem Entschluss fällt, dass es wirklich bei diesen 190 Milliarden bleibt, dass sie das auch der deutschen Bevölkerung in allen Einzelheiten erklärt. Denn wir sind aktuell durchaus in einer Vertrauenskrise, was die Europapolitik anbetrifft und das wird auch die Aufgabe der Freien Wähler sein, in der Zukunft in zwei Richtungen. Zum einen die Bevölkerung zu informieren und aufzuklären, das machen wir schon. Und zum zweiten natürlich unsere Politik fortzusetzen, die kritisch gegenüber der Rettungsschirmpolitik ist und zu versuchen, dass die Verträge zumindest verändert werden. Und wenn das nicht, dann strikt eingehalten, denn die Geschichte des Euros hat bewiesen, dass sie eine Geschichte der Rechtsbrüche ist und so kann das nicht weitergehen. Danke.